Nein, mein Spiel hat sich kurz aufgehangen. Hallo zu der Fleischfabrik. Der Wien da gegen Unbekannt. Genau, Unbekannt. Stimmt, der Unknown Soldier von COD. Och. Stimmt. Schon wieder gesehen, oder? Nein, aber ich höre dann. Also den Puls schlackten. Kann ja auch immer dort unter dir sein. Ja. Alles klar. Das klingt nach dem... Ich habe ihn gesehen. Ja, das ist die Kanone. Bin ich überhaupt... Da habe ich bis jetzt keinen einzigen Generator gesehen. Oder muss ich runter gehen? Also hier oben ist einer. Ich habe auch schon einen auf die Gasse bekommen. Ich konnte ihn verarschen. Er dachte, die Treppe runtergegangen bin ich gar nicht mehr. Was ist das? Da hat er die Wutung kaputt gemacht. Das, du das. Er hat dann eben geschossen. Ganz knapp. Ja, ich bin runtergegangen. Nein, Gott, bitte nicht! Nein! 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 Toi, das war voller Absicht. Läuft mir genau ins Gesicht, ey! Ah, der hat nicht gesehen, ey! Ja, schrei halt, wenn du 3 Millimeter unterfällst. Ja, da hat er jemanden getroffen. Sie hat uns alle getroffen, guck mal unten, ey! Alter, der schreckt, der mich erschreckt, ey! Wo ist der? Oben. Verpiss dich! Ach! Ja, genau. Ich hab das doch fast aufgemacht, ey! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Ein kleines bisschen hat nicht gereicht und ich wäre weg, ey! Bleibt er bei dir? Ja! Ja! Ja, okay, dann geh ich! Der kämpft! Der will wenigstens einkommen haben, wahrscheinlich. Aber ich glaub, der ist jetzt weg. Also, ich seh den nicht mehr. Ja! Ja, der ist hier oben, bei mir. Hast das Tor aufgemacht? Ja, ist offen. Ja, okay. Ja, dann geh! Mann, ich hätte fast eine Quest gemacht, ey! Mann, dann kommt er da hin, ey! Okay! Tschüss!